Ja, bitte? Entschließt das, sei mal ruhig! Ich, willkommen! Hallo, ich will stehen jetzt. Lies doch Ruhe jetzt! Ich komm mal. So, geh mal rein. Wer ist das denn? Ein junger Mann, sicher ein Freund von Christian. Ich geh mal hin. Wollen Sie zu Christian? Der ist die... Ich suche Arbeit. Haben Sie... Haben Sie Arbeit? Arbeit? Was meinen Sie? Hey, hey, was macht sie? Hey, hey, nein, nein! Ach, nein! Was soll das? Au! Au! Wir unterbrechen unser Programm für eine aktuelle Meldung. Ich hab dir was zu trinken gemacht. Im Falle der gestern Abend von einer Tankstelle in Greifswald verschwundenen Frau bahnt sich eine dramatische Wende an. Wie uns soeben mitgeteilt wurde, wurde heute Morgen im Greifswalder Rigg eine Leiche entdeckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich dabei um die Leiche der verschwundenen Frau. Erste Informationen zufolge wurde sie ermordet. Todesursache sind vermutlich zahlreiche Messestellen. Erste, dass ich mich nicht mehr auf die Leiche entdeckt habe. Erste, dass du nicht mehr in der Leiche entdeckt hast. Soll ich das jetzt mal feststellen. Ich möchte mich nicht mehr in der Leiche entdeckt. Ich habe Ihnen doch gesagt, wir können Ihnen kein Geld geben, aber das müssen Sie doch. Gute Frau, Sie haben kein Konto bei uns, das habe ich Ihnen bereits erklärt. Sie müssen aber, das weiß ich ganz genau, ich brauche Geld. Es tut mir wirklich sehr leid. Mein Gott, Sie sind hier verweckend geworden. Mäsch'em weg! Nur! Fie consensusonda fi� searching fie 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 fa fie re fie 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 Ah, 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 ah. Erst Geld. 50 Euro bekomme ich. Und diesmal nicht so grob. Was hast du mit dir gemacht? Was hat er mit dir gemacht? Mein Bauch.